ja wir bleiben stehen stehe jetzt mache ich etwas das heißt präsentieren vorher präsentieren das ist jetzt ein start ein sa start ohne jeglichen anreiz so das heißt sie hat jetzt schon ohne signal angerochen steht und jetzt mache ich sie fertig anziehen das hat den vorteil ich habe sie aber in startrichtung heute stehen normal müsste ich sie seitlich hinstellen will es aber nicht unnötig schwer machen weil hier tausend spuren von uns jetzt drauf existieren und sie die letzte davon rausfinden muss die frischeste so bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt sag jetzt gleich selber zu mir schön tief durchatmen lass noch mal alles durch den kopf gehen konzentriert dich ihr rockt das steht und jetzt fange ich an und pushe meinen hund so hera schön aufpassen schön aufpassen wo ich sehe schön aufpassen schön aufpassen gleich geht es los gleich geht es riechen so jetzt braucht sie zeit das auszuarbeiten also das ist kein zugerschlecken schn вопрос guisch us guisch 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 Okay. Muss ich hin weiter Ich versuche sie nur aufzufangen um nicht zu ruckeln. Sie tut sich gerade ein bisschen schwer Ja, wo ist sie hin? Schaffst du das? Schaffst du das? Langsam Langsam Super Langsam 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 Ja, du hast eine Bremse hier hinten dran Hallo, weiter Wo ist sie hin? Langsam Steh Steh Okay Steh Okay, weiter Weiter Steh 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 Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja super, gut! Juhu, prima! Super, gut! Klasse! Sitzen! Sehr gut! Prima, ja! Super! Juhu! Juhu! Gut gemacht! Ganz toll! Juhu! 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 Juhu!